Irina schickt zu Bradley Cooper, entweder ich oder Gaga. Die schöne Russin stellt dem Vater ihrer Tochter ein Ultimatum. Angeblich hat Irina genug von den Turteleien von Bradley und von den Gerüchten, die das Paar umgeben. Die schöne Russin soll dem Schauspieler nun ein Ultimatum gestellt haben, entweder ich oder Gaga. Jetzt reicht's. Irina Shayk, 33, hat ein für alle Mal genug von den affären Gerüchten um Bradley Cooper, 44, und Lady Gaga, 32, und fordert den Schauspieler nun auf, sich zu entscheiden. Lady Gaga, Liebe ist das, was wir euch zeigen wollten ist da mehr zwischen Lady Gaga und Bradley Cooper, als nur Freundschaft? Jimmy Kimmel versuchte der Sache auf den Grund zu gehen und hakte nach, als die 32-Jährige am 24. Februar zu Gast in seiner Talkshow war, Du hattest solch eine Verbindung mit Bradley, dass die Leute sofort dachten, und ich sehe das als ein Kompliment minus O, die müssen verliebt sein. Apostroph daraufhin verdrehte Stephanie Gemma-Notter, so Gagas bürgerlicher Name, die Augen und fuhr damit fort, dass insbesondere die sozialen Medien oft zu viel hineininterpretieren würden. Geheime E-Mail an Irina Shayk Doch ein öffentliches dementiver Lady Gaga scheinbar nicht genug, laut dem National Enquirer soll die Shallow-Interpretin eine lange E-Mail an Irina Shayk geschickt haben, in der sie schwor, niemals den Mann einer anderen Frau zu stehlen. Aber Irina, die Gaga angeblich auf Instagram und Twitter nicht mehr folgt, antwortete nicht. Entweder ich oder Gaga. Angeblich hat das Model genug von den Turkeleien ihres Freundes Bradley Cooper und von den Gerüchten, die das Paar umgeben. Die schöne Russin soll dem Schauspieler nun ein Ultimatum gestellt haben, entweder ich oder Gaga, verrät ein Insider. Nach der Oscarshow sagte Irina zu Bradley, dass er sich ein für alle Mal zwischen ihr und Gaga wählen muss, so die Quelle weiter, die hinzufügt, dass Shayk ihm befahl, sich von Gaga fernzuhalten, oder sie wird ihn fallen lassen. Wird die Beziehung von Bradley und Irina in die Brüche gehen? Nimm an unserer Umfrage teil. Lady Gaga und Bradley Cooper, sie küsst ihn auf den Lady Gaga, sie küsst ihn auf die Brüche gehen.